Hi Leute, hier ist wieder der Zero alias Togolibra 14 und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und heute mache ich für euch einen Kampf aus Playlapers Turbo Folge 2. Und zwar zwischen Aga Aqaba mit Siege-Killis, Eleven-Dick-Stand und Koji Konda mit Maximum Garuda for Glaive-Weight. Wollte ich sagen? Los geht's! 3, 2, 1, let it push! 3, 2, 1, let it push! Das war da erstmal ein bisschen, aber jetzt haut er drauf. Okay. Gut. Aqaba verliert aber schnell Ausdauer im Gegensatz zu Garuda. Garuda hat eine ziemlich gute Verteidigung, aber ich glaube, er gibt ihm natürlich noch nach. Aber die erste Runde geht an. Koji Konda mit Maximum Garuda. Runde Nummer 2, 3, 2, 1, let it push! 3, 2, 1, let it push! die ich glaube die Runde geht auch wieder an Maxxon Garuda hat wieder einmal gewonnen und ist fast gebürstet und die Achilles hat keinen Klick verloren. Runde Nummer 3. By the way, es geben alles. Aber wird das reichen, um meinen Burst-Finish zu erringen? Oh, das könnte sehr knapp werden, aber ich denke Maxxon Garuda behält wieder einmal die Oberhand und Maxxon Garuda überhin schon wieder. Oha, und wieder einmal fast gebürstet. Okay, erst jetzt 3 zu 0. Runde Nummer 4, 3, 2, 1, Silber. 3, 2, 1, Silber. Ja, Bruder, wieder steht einfach allen in Angriffen. Es scheint so als würde er niemals börsten. Aber sie geht trotzdem nicht die Ausdauer. Okay, und Maxxon Garuda ist wieder einmal fast gebürstet. Es ist wirklich sehr knapp. Werden wir noch einen Burst-Finish sehen. 3, 2, 1, let it rip. 3, 2, 1, let it rip. 3, 2, 1, let it rip. Mal schauen, vielleicht bringt das ja was. Oh, okay. Ja. Das hätte immer noch schlecht ausgesehen gelegt. Okay. Aber beide haben fair gekämpft. Maxxon Garuda jetzt wieder einmal. Fast gebürstet. Und ja, Maxxon Garuda gewinnt immer sehr knapp. Aber was soll man sagen, Maxxon Garuda ist halt Maxxon Garuda. Trotzdem ein sehr starker Bay. Und ja, beide Bays haben gut gekämpft. Und ich denke, das war's erstmal wieder für dieses Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, lasst doch mal einen Daumen hoch. Das würde mich sehr freuen. Und über ein Abo wäre, würde mich auch sehr freuen. Glocke aktivieren auf jeden Fall. Und würde ich sagen, werdet weiter. Gott segne. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.